Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. In dieser Sendung steht das Thema Konjunktur im Mittelpunkt. Experte ist heute Thomas Ahmend von der HSBC. Herr Ahmend, beginnen wir mit einem kurzen Blick auf die deutsche Konjunktur. Freitag gab es ja die Auftragseingänge, sind gefallen. Dann zu Beginn der Woche die Industrieproduktion, hat ebenfalls enttäuscht, zum dritten Mal in Folge einen Rückgang. Schlagen jetzt die geopolitischen Probleme schon durch auf die deutsche Realwirtschaft. Ja, den Eindruck kann man zumindest gewinnen. Die Nationalmannschaft marschiert und die deutsche Wirtschaft gerät ins Stocken. Ein bisschen so kann man es vielleicht zusammenfassen. Denn in der Tat fällt auf, wenn man sich die Auftragseingänge anguckt, dass vor allem aus dem außereuropäischen Ausland im Moment deutliche Rückgänge zu verzeichnen sind. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass die Krisen, die wir im Moment in Syrien, im Irak, aber vor allem in der Ukraine haben, auch tatsächlich auf den Auftragsbestand schon durchschlagen und möglicherweise Investitionsentscheidungen im Ausland zurückgestellt werden. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man nicht so recht weiß, wie es dort politisch weitergeht in den angesprochenen Regionen. Und auch die Produktionstätigkeit entsprechend auch von der Perspektive her möglicherweise dann zukünftig etwas geringer, als man das vielleicht bisher unterstellt hat. Insgesamt läuft die Konjunktur in Deutschland noch auf relativ rund. Aber erste Warnsignale sind einfach vorhanden. Und das muss man sich genau angucken, ob sich das verstetigt in den nächsten Monaten. Generell gehen wir aber davon aus, dass das deutsche BIP in diesem Jahr um knapp zwei Prozent wachsen kann. Also insofern hoffen wir mal, dass die deutsche Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft noch weiter marschiert. Ansonsten erleben wir ja doch eine eher ruhige Woche. Höhepunkt oder einer der wenigen Höhepunkte dürfte das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank sein. Herrscht da nach wie vor Einstimmigkeit? Wie sehen Sie die Sache? Was erwarten Sie? Ja, man hat ja im Juni im Prinzip das fortgesetzt, was man zum Jahresbeginn angefangen hat, nämlich die Rückführung der Assetkäufe. Weitere 10 Milliarden auf jetzt nur noch monatlich 35 Milliarden. Und es ist schon zu erwarten, dass man diese Kontinuität auch in den zukünftigen Wochen und Monaten feststellen kann. Insgesamt zuletzt relativ gute Konjunkturdaten in den USA. Spannend ist, zunehmend die Frage, was passiert denn, wenn man das Asset-Kaufprogramm zum Ende bringt und quasi die Käufe, das Kaufvolumen auf Null zurückführt. Wir gehen davon aus, dass das per Ende Oktober der Fall sein wird. Und dann ist die Frage, wann denkt man möglicherweise über Zinserhöhungen nach? Da hat die Notenbankchefin Jellen ja ein Signal gegeben und gesagt, also mindestens sechs Monate wird es wohl dauern, bis eine erste Zinserhöhung dann im Raum steht. Hier könnten sich die Diskussionen in der Tat intensivieren in den nächsten Wochen, weil eben zuletzt sehr gute Konjunkturdaten da waren. Und die Frage, ob möglicherweise etwas früher über eine Zinserhöhung nachgedacht werden muss. Bisher gehen wir allerdings davon aus, dass das Wachstumsmomentum im zweiten Halbjahr dann nicht so groß sein wird, letztlich, als dass man sich zeitlich nach vorne verlagern wird, was eine Zinserhöhung angeht. Wir sagen Jahresmitte 2015. Ich denke, das ist im Moment auch noch Marktkonsens. Aber wie gesagt, hier ist der Fokus zunehmend darauf, wie sich einzelne Geldpolitiker dort positionieren. Und es kann durchaus sein, dass der ein oder andere für eine frühere Verschärfung der Geldpolitik votiert in Zukunft. Wenn wir schon beim Plaudern sind über die Notenbanken, was wird denn die Bank of England machen? Die wird sich ja outen am kommenden Donnerstag. Was erwarten Sie? Ja, ich würde sagen, noch nichts Spektakuläres. Aber auch hier verschieben sich zunehmend die Diskussionen hin zu der Frage, wann müssen wir auch hier verschärfen. Wir haben gesehen, dass ganz jüngst jenseits der Geldpolitik eben über makropotenzielle Maßnahmen darüber entschieden wird, wie man möglicherweise eine plarsame Immobilienmarkt aufhalten kann. Das also nicht mehr über das klassische geldpolitische Arsenal, sondern durch andere Maßnahmen, zum Beispiel eben eine Obergrenze für die Vergabe von Hypothekenkrediten. Aber auch die Bank of England wird zunehmend darüber diskutieren, aufgrund der zuletzt recht guten Konjunktur-Daten, ob man nicht eine Zinserhöhung ins Auge fasst. Dagegen spricht aktuell noch, dass wir eine sehr geringe Inflationsrate haben. Die liegt nämlich unter dem Ziel der Notenbank von zwei Prozent. 1,5 waren es zuletzt. Wir haben eine sehr geringe Dynamik beim Lohnwachstum und wir haben eine Zusammensetzung des BIP-Wachstums letztlich, was noch nicht befriedigend ist. Es ist hauptsächlich der Konsum, der das Wachstum trägt. Vom Außensektor kommt fast nichts, sodass wir im Moment noch davon ausgehen, dass wir vor 2015 auch bei der Bank of England nichts erwarten können. Interessant werden die zukünftigen Protokolle der jeweiligen Sitzung, ob es weiterhin Einstimmigkeit gibt in der Entscheidung, erstmal noch abzuwarten. Da könnte es in den kommenden Monaten auch durch die neue Zusammensetzung des Gremiums sein, dass der ein oder andere schon mal den Fuß ins Wasser hält und tatsächlich für eine Zinserhöhung plädiert. Thomas Abend, recht herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Und auch Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank in dem Fall eben fürs Zuschauen. Machen Sie es gut.